ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, euer Schmiel, euer Glück, inaktiv-vega Tatsächlich, aber er soll sich gedacht Nein, ich bin wieder rum, ey, wieso habe ich jetzt Duels? Hä? Hast du es gemacht? Zweite Pistole? Jetzt habe ich Duels Wo, 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 wo? Du hast eine zweite Pistole Hast du etwas eingestellt? Nice Naja, ich habe es einfach gut genommen Wahrscheinlich die zweite Pistole mit Also wir spielen Left 4 Death, wir haben noch nie Left 4 Death gespielt Wird es mal Bock haben? Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe mal angefangen zu spielen, aber nie irgendwie Was, kannst du auch so Pannyhucklen? Bitte mal kurz angeschaut, ein bisschen Easy, ja verpissen wir uns auch Ja, und zum nächsten Mal, können wir den Volt Kick Also der Coach nehmen wir eigentlich auch mich sterben, oder? Der ist kein Stream, gell? Kommt, fuck live Zusammen bleiben Überleben und überleben Jawohl Oh! Ich habe Pille Oh nein, warte, ich habe Pille wieder so lange Oh, was ist das? Oh, okay Jetzt weiss ich Zombies kann nicht Oh! Ich bin der Scheiss, ich habe gesperrt Oh, das ist die Nummer Das ist aber geil, ey Das ist aber geil, ey Kannst du wegstehen? Danke, ja, ja Ich habe jetzt einfach 3 mal, das ist echt eine Lune Ich habe jetzt einfach 3 mal, das ist echt eine Lune Oh, das ist geil, ey Ja Oh, shit Der muss ich da runterpumpen Der? Ja, one hit, man One hit, man Schmerzen mit mir Fuck bitches Oha Oha Hinter dir diese Kommt der Einzige Ja Ah, du siehst mit diesem Fick dich, Mann Sorry Aufpassen It was at this moment that Nathan knew He fucked up NO! Hilfe! Oh, shit Oh Der fickt mich Der fickt mich Oh mein Gott, das fickt dich ja riesig, Mann Er hat mich echt gepackt Also er hat mich gerade getackt Sie sind Waffen Ja, ich fiel Oh, ich bin runtergeheiz Was macht der Wendert? Sie sind tot Ich bin tot Ja, ja, ja Also ich bin wirklich tot Ich habe mir geschafft, ich habe mir geschafft Ich habe mir geschafft Ich habe mir geschafft Oh, oh Aufpassen Ja, der ist doch tot Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh, shit, oh shit Oh nein, der fickt mich Der Wäge ist echt voll ins Feuer Nice, Wäge Ah, da ist die Tür, da ist fertig hier Dann kommt der Wäge Äh, der Didi Nice Wäge, Didi Nice Go, 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 go Nice Nice Alter, hey Nice Ich habe trotzdem 4 und 8 geskillt Ich habe trotzdem 4 und 8 geskillt Obwohl ich in der Hälfte vor der Zeit Echt mal abgehackt Gut, du bist anders unterwegs In meinem Ach nein, das ist neis Ach nein, das ist neis Schau, 39 mit den Ohren scheisse Ding Hey Ninja Ich habe ja auch dir gesehen Und dann nur geschlitzt Wie behindert Ja, aber du hast wirklich viel Leben verloren Hast du gesehen? Nein, ich habe kein Leben verloren Ich war die ganze Zeit auf 80 Ich war die ganze Zeit Ja, wie bist du denn so schnell gestorben? Ich bin aus der Fensterkeit Ah Ich habe nur diese Zwecke erraten 1, 2, 3 In the place to be Ich hätte das lange Das war LOL 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 Was ist los? Wie kommt die Änste? Ja, die Rastikler Holy shit Ok, gut Ok Ja Ok That was stimmt Was weiß du? Ja heading Also hammer Ich bin schon dran Ahja presentations Oh release Ist das eine Bombe?! Hier etwas in die Luft Alter Wie das hört achoiaro von gathering Wer? Nur, nur, nur... Ist ja nix. Ah das ist eine Bitche. Oh oh. Hey, f*** die Bitch weg! F*** sie weg! Sie hat mich ja gewann heute. Das schaff ich nicht allein. Ja! Holy shit, ist voll drief die Bitche. Ich habe noch 30 gelb. Hast du jetzt gesprayt? Ich kann es mit G, ich weiss aber nicht was du machen kannst. Eier ein T. Ist eigentlich der Coach, what the fuck? Voll Fanboy, wow! Sorry bro. Muss jetzt den Ball verbinden, man. Oh, was ist das? Molotow? Ja, ja. Der Ronke haupt nur noch. Was? Hinter uns! Oh mein Gott! Ah, Minibombe! Also ich habe so ein Sprengfass aufgelöst. Oh, Minibombe ist da! Weg, weg, weg! Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Hinter uns kommt einer. Oh, der Fett, der Fett. Oh mein Gott, schau wie weit er nicht mehr nimmt. Okay. Gau! Oh nein, oh nein! Nein, das ist sehr schlecht. Das ist der Schott. Alter, ey! Das Schwert ist verdammt! Mach nichts! Ich kann das halten! Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Das ist so geil, ey! Wie die Verspickern mit der Schottie! Fort! 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 Oha, was war das? Oben! Oha! Oha! Er kommt, er kommt! Rennen die Jungs! Scheiss drauf! Nein! Oh Gott! Schlecht! Oh Gott! Okay, jetzt ist es erledigt. Einfach voraus, ich habe eine Gasflasche hier im Gebiet. Wir sollen mich sagen, rennen und wir werden auf ihn zugerennt. Du wärst auf ihn zugerennt. Wir sind ja nachher vor. Wo ist der Coach? Da ist der Coach. Oh, nicht fahr! Das ist der NPC Scheiss auf den Typ. Wie gesagt... Der sieht noch fetter aus! Kommt, kommt! Kommt, kommt! Und ist er hier? Nein! Du musst mich schnell heilen. Oh, lol! Party, Jungs! Wo? Was haben die gerne? Oh mein Gott! Ich will einen Alka! Nein! Warte, ich will doch die! Oh mein Gott! Ich nehme einen Sniper! Jetzt habe ich gleich einen Sniper nicht! Wir sind gut, wenn ich mit Stumpen bin! Oh mein Gott! Wie geil ist das, Mann! AK! Das ist AK-Start! Ich nehme noch einen. Ich mache eine Bombenberat. Warte mal schnell! Auf jeden Fall! Ich habe noch einen hier. Ja, je einen! Wenn viele kommen, können wir abwechseln. Oh ja! Ja! Ich rühre! Ja, kommen wir uns von dort oder kommen sie rein? Wehe! Sie kommen von hinter uns! Nein! Wegen Alarm, denke! Oh mein Gott! Innen, 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 innen! Und jetzt die Tür abschliessen! Hörst du nicht! Ja, aber ich habe Zeug geschmeissen! Hallo! Ciao, Coach! Gehen wir den Schutzraum rein! Ja, oh Gott! Ja, oh Gott! Da hat es mir nichts! Munition! Ähm, steig! Innen, innen, innen! Nice! Oh nein! Machen wir eine Pause! Ja, dann machen wir eine Pause! Ja, dann machen wir nächste Folge gerade! Ja, ich schneide echt alles zusammen! Wir sind jetzt keine Ahnung! Halb Stunden aufnehmen! 40 Minuten! Bis nachher! Bis nachher! Bis nachher!